Schlag Mitternacht. Genau in dem Augenblick, in dem Indien die Unabhängigkeit erlangte, purzelte ich in die Welt. So viele Babys. Gib mir. Mary wusste, dass sie den reichgeborenen Jungen zu einem Leben in Armut verdammte. Lass die Reichen arm werden und die Armen reich. Ich, Salim Sinai, war auf geheimnisvolle Weise an die Geschichte gefesselt. Mein Geschick unlösbar mit dem meines Landes verknüpft. Du hast Großes vor dir, mein Salim. Seht ihr denn nicht, wie alles auseinanderbricht? Wir können den Menschen ein anderes Leben zeigen. Komm zu mir zurück. Ich liebe dich. Ein Kind und ein Land wurden Schlag Mitternacht geboren. Und trotz aller Widrigkeiten war unser Leben ein Werk der Liebe. Ich bin will, ich bin ein وت